Hier meine Schuhe, meine Laufschuhe, die ich hier auf dem Rennsteig so viel geschändet habe, die werde ich heute nochmal anziehen, damit da noch mehr Schuhbeschädigung reinkommen und um zu prüfen, wie viele Kieselsteine in mein Hacken da reinfällt, damit ich die dann aus meinem Hacken da rausziehen kann, diese Kieselsteine, die mich dann den ganzen Tag nerven werden.